Richtig so Bizeps-mäßig und so. Chef! Was denn? Nochmal den Bizeps-Test. Das? Ja. Nee, das. So? Ja. Das und die Schulter. Doch mal gegen den Bizeps. Krass! Und das alles in der Kressel, in der Halle von Bad Nauerheim. Ja, jetzt denken Sie mal alle Regionen hier. Aber nochmal gegen den Bizeps. Wie eben. Pssch! Ja! Das ist meine Frage. Jetzt musst du fliegen. Ja, fliegen hier. Auf die Tische. Ja, sowieso. Oder? Nee. Das geht schon.